Hey, meine Rabauken! In der heutigen Episode bekommen Felder eine ganz neue Bedeutung, denn wir können wirklich jedes Item anpflanzen. Jedes, alles! Mit dabei ist Austin Melinsky. Moinski! Wir hatten ja schon mal sowas, da konnten wir Diamanten zum Beispiel anpflanzen und so, aber heute ist ein bisschen anders, Elina. Ich zeig dir das mal, pass mal auf. Wir bauen beispielsweise mal einen Holzstamm ab und dann können wir super effektiv diesen Holzstamm hier einfach in das Beet klopperonien und dann wächst er. Ja, siehst du das? Ja, ich seh's, lol! Ja, wächst! Und wenn er auf maximale Größe angewachsen ist, kannst du ihn ernten und dann bekommst du drei raus, glaube ich. Und das geht mit jedem Item ever. Oh, lol! Das ist ja praktisch. Wir pflanzen eine Werkbank an, Leute. Wer macht denn... Das ist ja ganz klar, Leute. Das Beet brauchen wir, das gehört jetzt uns. So, die wird auch angepflanzt, sehr schön. Was kann man noch so gebrauchen? Der war ein Stein. Ist der ausgewachsen? Nee, der wächst noch. Baut noch ein bisschen. Als nächstes müssen wir uns ums Essen kümmern, Elina. Wir haben aber bereits gemerkt, Blöcke sind ein bisschen problematisch, Leute. Wir werden uns auf Items konzentrieren in der heutigen Episode. Das heißt, wir eignen uns das ein bisschen an. Die Frage ist, ob das jetzt natürlich so effizient ist, weil... Ich meine, es ist halt wie ein normales Feld da, ne? Ich habe Fleisch, ich habe Fleisch. Ja, dann mach du ein... Oh, ey! Dina, das sieht aus wie Rüben. Lecker! Ja, okay. Oh, eine Spitzhacke, hä? Hilfe! Ich pflanze all meine Items dann. Junge, hä? Warum eine Spitzhacke? Warum keine? Okay. Ein Bett. Ich pflanze ein Bett dann. Oh, okay. Äpfel. Soll ich Äpfel auch mal federn? Können wir federn? Ich werde pflanzen einfach alles an. Nö, ich warst du eurer Geiz. LOL! Zack, Feder, rein da. Apfel, rein da. Oh, das war ein bisschen schief. Ja, stimmt da nicht. War zu schief. Hier, Apfel. Wir können doch fertiges Brot anpflanzen. Warum sind wir denn so doof? Stimmt, Brot. Brot haben wir jetzt auch. Ey, löscht doch nicht mal. Das ist doch fast fertig alles. Das sieht aber nicht so aus. Das sieht aber nicht so aus. Das sieht aber lowly, ey. Ein Bett könnte auch kritisch werden, Dina. Aber ich probiere es. Ja, könnte schief gehen. Ich probiere es. Ja, das wird safe schief gehen. Das ist viel zu groß. Ich glaube, das Fleisch ist fertig. Und ich glaube, die Spitzhacken auch. Warte, 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 warte. Bin ja noch am süren. Leder? Können wir Leder geboren? Wir könnten den Eisengolem killen und Eisen anpflanzen. Ja, warte mal. Hast du eine Axt angepflanzt? Ja, habe ich. Wow, perfekt. No joke. Bist du es weißt? Bewegt sich das noch? Nee, das ist safe fertig. Wir bauen das. Safe fertig. Brot. Wie viel Brot kriege ich? Fünf. Sechs, sieben, acht, drei. Ja, drei, wie ich gesagt habe. Das ist alles fertig. Wir können alles abbauen, oder? Zack. 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 Die Spitzhacken. Fleisch. Fleisch. Okay, nochmal Werkzeuge. Warte mal, die Betten. Die Betten gehen, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Ja, betten. Aber es ist jetzt ein Deko-Item. Es ist ein Hochhaus. Okay. Hochbettenhaus. Äh, Gott, die stacken sich sogar hier, ähm, hier, kriegst du sogar zwei von mir, bitteschön. Ähm. Okay. Aber was jetzt, warte mal, ein, 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 was ist doch jetzt der Plan? Und zwar, wir brauchen den Öfen. Und diesen Ofen können wir Fleisch braten, da können wir gebratenes Fleisch anbauen. Ja. Smart. Wir müssen irgendwie auch an eine Enderperle rankommen. Das wäre auch heftig. Hm, das kommt da rein. Oh, Kohle. Boah, Ben, hier ist ein Sumpf-Biom. Sumpf? Ich kann das irgendwie seit ein paar Wochen nicht mehr ausbrechen. Ganz komisch ist das. Äh, ja, nee, da können wir Diamanten. Äh, Zuckerrohr. Äh, ja, brauchen wir aber eigentlich nicht. Okay, ich besorge erstmal Eisen. Dann pflanzen wir erstmal Fetteisen an. Und da machen wir... Ah, nee, Eisenblock geht ja dann nicht. Neißer Tisch. Oh, 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 oh. Ja, du machst jetzt hier nämlich wieder den Trick. Ja, aber nicht mit mir. Ich habe einen höher gebaut. Meinst du, ich bin bläde, oder was? Boom. Drei. Oh, der hat die minimalste Anzahl gedroppt, ne? Boah, ich weiß gar nicht. Zwei kann er, glaube ich, auch droppen. Zwei bis fünf. Okay. Das heißt, du könnt drei Felder machen. Gönnung. Eins. Zwei. Drei. Ho, ho, ho. Ja. He, he, he. He, he. Einmal gebratenes Fleisch. Reicht ja auch. Das deckt sich ja dann noch hoch. Das ist, Leute, exponentiell. Das ist der Zinseszenz. Wenn wir jetzt hier... Weil überleg mal, wir bauen jetzt hier dreimal ab. Das heißt, wir kriegen neun raus. Dann kann ich neun anpflanzen. Dann kriegen wir 27 raus. Dann kann ich nochmal anpflanzen. Dann kriegen wir das dreiphasen. Wow. Kohle. Ich habe Kohle entdeckt. Einer muss ja hier produktiv sein, wenn du es schon nicht bist. Ich mache, ich mache was Krasses, ja. Drei, ich mache es vor. Ja, lass mal so ein paar Dinger durchgehen. Was sind fett krasse Items? Die hast du Enderperlen. Ähm. Blaze Rods. Blaze Rodrenios. Gold natürlich. Ja, aber Gold bräuchten wir dann eigentlich nicht mehr, wenn wir eine Enderperle hätten. Tränke. Maybe. Verzauberungsbücher. Ey, wenn wir was Verzaubertes reintun, wächst dann das Verzauberte? Das wäre heftig. Aber überleg mal. Du tust eine Schärfe 1 Axt rein. Ähm. Pflanzt die an. Pflanzt die nochmal an. Dann hast du ja genug, um Schärfe 3 oder 4 zu hütten. Wenn ich mache jetzt sowas Krasses, Alter. Ah, das ist gewachsen. Schön, dass du es einfach geerntet hast. Ja, kein Problem. Ohne meine Zustimmung, Lina. So, dann pflanze ich die jetzt hier nochmal an, oder? So viel Zeit muss ja sein. Ups. Lina. Ich wollte eine Doppelbepflanzung machen. Oh, ich glaube nicht, dass das geht. So, jetzt haben wir schon 8. Ey, da kriegen wir 4. Okay, ich probiere jetzt was, Ben. Du hast ein Schild. Ja, ein Schild. Hä? Ich glaube, das wächst noch. Das sieht nur jetzt so aus, weißt du. Oder? Ja, 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 ja. Wir lassen das mal wachsen. Kannst du haben. Das Schild müsste jetzt eigentlich auch fertig sein. Das backt zwar, weil wir das mal testen. Ja, es hat geklappt. Hä? Elina. Ja. Das klappt. Team Rot, Alter. Elina, pass auf. Ich habe ein Herz. Ui, 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 lass mich über Ruhe. Zum Glück haben wir den Schild. Wir gehen alle. Den Versager. Erledigt. Ich muss auch mal was essen. Ich esse die Äpfel. Die pflanzen wir eh nicht an. Ja, die sind's. Also. Okay. Ich würde sagen, wir ballern hier wieder relativ viel Eisen rein. Und mit den Rest craften wir ein bisschen rum. Elina, warte mal, weißt du, was übelst effektiv ist? Was denn? Ja, ich mache mir eine Brustplatte und dann pflanze ich die an. Dann kriegen wir ja quasi acht Eisen mit einmal. Ja, äh, ja. Also wir kriegen mehr. Also ich kriegen ja drei, aber wir brauchen ja nur zwei. Gold. Nett. Neh mal mit. Unterwegs. Nice. Wir brauchen noch Lapis und Diamanten jetzt. Erstmal. Ich bin da für 26. Das heißt noch, jetzt müsste es langsam, jetzt müsste es so kommen langsam. Könnte. Blö, 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 blö. Brinkadä. Sieht schlecht aus, Elina. Oh, ich hab Minecraft studiert, Elina. Nice. Oh, ich so lange nicht mehr gemacht, hab Instant gefunden. Hä. Oh. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass du es Instant gefunden hast. Elina, das ist gelogen. Das weißt du ganz genau. Was ist das zum Teufel, Elina? Ja, mir ist da mal Lör passiert. Ich hab da mit einem Helm experimentiert und irgendwie. Helme buggen. Ja, Helme funktionieren nicht. Die kann man nicht mal trippeln. Ha. Ha. Okay. Diamant rein. Blub. Sehr schön. Diamant rein. Blub. Ja, wir müssen jetzt richtig, also. Ja, blockieren wir bitte nicht alles mit den Äusen hier. Okay. Das geht jetzt schnell. Wir haben vier Dias. Ich muss ein Gold brennen. Ich hab ein paar Schuhe für dich reingelegt. Die Kuhle muss noch mal bauen, die ist seit zwei Jahren. Ha. Boah, zum Glück nichts erwischt, ey. Blub, blub. Blub, 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 blub. Full Diamant. Nice. Tote Medina. Aber wo kriegen wir denn ein Totem? Ja, aus einem Menschen, die sind übel selten. Oh, Mann. Oder aus einem, irgendwie aus Dingern. Gold. Genau, aus Ding. Stimmt, das können wir eigentlich zu Gold übergehen. Wobei, wir werden eh nicht trainen. Wir müssen eh nicht trainen. Wir brauchen eine Enderperle. So, Wassereimer ist... Nee, ist noch nicht fertig. Laveimer ist aber fertig. Wir haben drei Laveimer, aber die reichen nicht für ein Portai, weil wir ja zehn Lave brauchen. Das heißt, wir pflanzen sie nochmal. Elina, ähm... Ich bereite dir hier mal was vor. Ja, aber... Kannst du dich übernüssig machen? Wir brauchen vier Obsidian. Das heißt, ich packe dir hier vier Eimer rein. Bitteschön. Hier kannst du mal dann Obsidian machen. Ja, eins mache ich dir sogar schon. Nee, nee, nee. Ich mache das gleich. So. Eins hast du schon mal ganz da. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um das Portal. Äh, wir haben aber... Och, ich muss schon wieder... Das ist ja alles... Wir haben einen Lava verbraucht. Das ist unbelievable. Ja, das ist richtig verbuggt hier. Ich habe... Bist du gut? Hier ist eine Mine, aber oberirdisch. Und ich habe... Sie steht einfach random jetzt ein Spawner rum. Aus einer Mine halt. Stimmst du? Und eine Kiste ist ja auch. Hä? Ja, das ist übel verbuggt. Hier ist fast schief gelaufen. Nee, es gibt sowas. Das ist aber sehr selten oberirdische Mine. Kiste. Entladung. Mann, von allen Büchern, die es gibt, muss es Entladung sein. Sehe ich aus, ob ich einen Dreizack hätte? Denke nicht. Dafür, dass du die offizielle Enderperlenbeauftragte bist, ist das ja... Da muss ich hier ganz schön viel aussehen. Ja, ich bin aber auch die offizielle Goldbeauftragte. Wir müssen doch schon 400 Gold haben. Du hast da so viel angepflanzt. Nein, das ist noch nicht mal ein Stack. So, wir pflanzen jetzt Lapis an. Wir pflanzen Leder an. Obsidian hat die Lina ja schon organisiert, auch wo auch immer sie das hingetan hat. In meinem Hintergrund. Boah, da habe ich mich kurz verschockt, ey. Und dann können wir... Ja, Lina, das Lapis musst du anpflanzen. Hä? Lina ist überfordert. Ich habe das... Ja, bin ich auch, ganz ehrlich. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Wachsen die noch? Ja. Ah, das ist Leder. Das ist mein Job. Du gehst still da mal ran. Eisen. Zack, zack. Wir könnten das anpflanzen, aber brauchen wir ja wirklich nicht. Ich will mal kurz Blazes holen. Jawohl. Kannst du auch mitkommen, nämlich jetzt natürlich. Nö. Kein Bock. Ich bin Enderperlenbeauftragte. Hat mir nicht schon genug langsam. Warte, ich brauche... Ah, warte, ich brauche ein bisschen Gold. Ich muss Schuhe machen. Lina, du bist jetzt die offizielle Blaze-Walk-Beauftragte. Oh, ich habe echt... Wie sagst du, ich glaube, dass das verpackt ist. Das ist ja wieder gewesen. Sie haben beide mitgebracht. Ähm... Ich habe Enderperlen ganz viele. 16, 32 Stück. Yippie. Starge, Lina. So wollen wir das sehen. Von der offiziellen Enderperlen. So, ich mache in der Zeit einen Verzauungstisch. Und jetzt müssen wir das nämlich mal testen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. So, jetzt habe ich Schutzschuhe. Und diese Schutzschuhe packe ich da jetzt rein. Und mal sehen, ob wir jetzt drei Schutzschuhe... Das sieht so aus, Alter. Das wäre irgendwie OP, Lina. Wir müssen irgendwie Schärfe auf dem Buch... Wir müssen Schärfe auf dem Buch kriegen. Ob wir die Bücher dann auch da rein scheppern können? Ja, safe. Wenn das mit den Schuhen schon geht, Mensch doch. Brauchen wir zwar nicht. Da habe ich gar keine Zweifel. So, ich brauche jetzt irgendwie Schärfe. Schutz, nee, Müll. Dann machen wir die hier. Effizienz, nice. Schärfe. Stärke. Nee, aber Stärke kriegen wir ja so... Schmer oben. So. Zack. Zack, zack. Punkt. Schärfe 1 Axt. Die platzieren... Ende Augen, Lina. Ja, eigentlich ist das voll unnötig. Aber ich dachte mir, ich mache es einfach mal. Aua. So eine OP-Rüstung hier. So, damit sind wir jetzt fertig ausgerüstet, Lina. Ja? Ja, dann geschon. Oder wir haben Interpaaren, Pfeile, Wasser, Almas, ich habe einen Kürbis. Wir haben ihn voll verzaubert. Ende Augen. Alles am Schlüssel. Das sieht ja gut aus. Ey, wie viele Pfeile hast du? Vier. Hier, ich gebe dir mal ein bisschen, ja. Auf geht's. Schmeiß bitte das Ende Auge. Ende Auge fliegt. Ey, Lena. Ich habe... Ah, wohl. Hab's. Hab's. Kannst runterspringen. Das war ein Joke, Lina. Ich habe da Wasser. Ach, du hast da Wasser platziert. Ich sehe es. Ja, ein bisschen zu früh. Oh Mann, ey. Da fehlt es ja ein Zweispitzhack, Lina. Das muss schneller gehen. Scheiße, ich habe keine Spitzhacke mehr mitgenommen. Also... Ich habe es unter eine Kiste gemacht. Die falsche. Oh, jetzt kann ich einfach rumgucken und es juckt mich nicht. Oh. Ich habe ihn rum. Schade. Treffer. Eins. Zwei. Drei. Drei. Oh, joi, joi, joi. Das war... Ja. Wurde angegriffen von Endermann. Das zählt nicht. Ender Drachen. Alter, ich die da. Stark, Lina. Der könnte tot sein, ne? Sack bloß. Wenn alle gewittelt sind. Ja, Mann, egal. Und... Katschee. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao. An-Moi. Drei. en BER. oh. Ja. mad palavra. Vielen Dank.